damit hallo und willkommen zu einer runde fortnight mit jake wie geht's gut jake die alte legende leute wenn ihr bisschen länger dabei seid dann wisst ihr dass jake bisschen legendär ist weil der war in meinen ersten videos und so da da war damals wie alt warst du damals genau leute er ist immer noch acht let's go und das ist aber wirklich legendär weil der pre war einfach meinen fast ersten videos dabei das finde ich aber wirklich cool und ja wir spielen wie die alten zeiten nach mal die runde mit genau das finde ich aber wirklich cool oder leute ich wollte mich auch verdanken wegen dass das sage ich jetzt öfters aber 1000 aufruf bei zwei shorts habe ich bekommen leute danke und 1133 oder 34 abos das ist aber wirklich krank leute sogar heute eine krone leute aber nicht vergessen dritter november da muss eigentlich theoretischen special live oder video rauskommen oder vielleicht beides weil das ist ein tag wo sich alles verändert das brutal und das finde ich einfach krank dass ich bin so gehypt leute ich bin so jedes mal wenn ich der aufnahme starte will jemand beitreten das geht doch nicht es geht doch nicht genau bist du besser als ich ja ne okay let's go aber weißt was du bist wirklich gut für macht ihr also also macht man da war ich mal besser als du ne das stimmt nicht okay ja ja okay okay ich glaube ich weiß das ist also scheiße meine waffen als meine waffen als meine waffen aber aber was ich habe wie geil das ist meins da kommt eine hoch ja hier kann ich glaube es gibt keinen menschen er soll doch kommen ich bin dort ja okay ich kann man die karte hey der ist schon auf also stimmt habe ich vergessen er gibt überhaupt noch eine karte ich glaube nicht ja für den dingen bei diesen legendären du weißt schon was ich kann bei diesen einen wo man vollen schwierigen boss töten muss weiß was ich mein bestimmt da gibt es habe ich nie gemacht wo man diese exotische waffe bekommt ja es heißt was passiert da hier war einer bei mir ja das so kommst du mal ja ja gleich ja okay nervt nicht ja schon gut es ist diese da ist jemand ja ich gehe hin ne warte das ist mein kipp ne es ist mein kipp hab ihn ne Junge ja das war so geil lauf was ey lass mir ins versteck lass mal hier ins versteck ne warum ich bin doch aua ja ich hab doch keine angst like for real oh Digga wie schnell einfach so schnell viele horror games ich doch nicht hey du hast du mal so ein Video aufgeladen ja ich weiß ich weiß wo ihr so in nem Haus wart ja das gibt es sehr viele Häuser und da diese und da dieses monster kam Digga du guckst meine Videos an ja ehrenmann ich geh pushen ne was ich mach aber ja mach das einfach nur Macher einfach nur Macher ah was hier ist ein Baum cool diese Tour habe ich vor sehr langer Zeit vergraben ja hab einen das ja ja ach so ach so ach so ach so was hast du gescheckt nix nix bei dir die die ich bin so low ich habe aber ihm das gemacht was denn mit dir passiert ja der da war bisschen der hat mich äh angesprayt das breit ja das ist breit er hat mich angesprayt das das ich ich mag gar keine streit doch noch was anderes wirklich nein ich mag keine jungen egal ob ob du keine spread ich nicht ne also ist eigentlich ganz okay ich will hier auch nicht irgendwie äh themen besprechen von ja so von filmen nutzen die menschen sollen ja nicht denken dass ich irgendwie hier ist für spread werbung mache oder so ich höre geräusche kommst du ne ich töte jemanden jetzt willst du willst du einen goldenen hat granatenwerfer oder ich würde gar nichts du willst gar nichts ja hab einen äh glaube ich dead ja der ist dead äh du solltest mal zur zone kommen 2 dead heute bin ich hier voll am stil du hast einfach schon 5 geht stimmt ui oh digger einfach schön rumsleben ne was ne oh mein gott ich hab ne epische ruhe sicher ja guck warte ne ist es falsch äh äh klar äh 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 ey komm her ich komm doch der ist es der ja hab ich auch aber nicht äh äh ein episch ich will auch kommen soll ich die Wotland schießen warte erst auf mich und dann ja okay ich hab schon geschossen du kleiner ehrenloser ma mensch ui ja hilf auch gar nicht ne ich schieß doch die ganze zeit schon ja klar der hat ja ja naja ne ne macht mich jetzt nicht und die machen mich irgendwie aggressiv kann das sein dass ich gar keinen Schuss treffe ich habe alles gemacht wofür brauchen wir jetzt die Schlüsselkarte ich weiß nicht nur so das alles brauche ich hier nicht alles will oder hast du gemacht? machst du? ich warte ich hab's gemacht was ist das denn für ein Geräusch? äh was sonst ach geil lass mal so lass mal zukünftige Song gehen hui ah Digga hui das war ein Down wirklich? äh ne 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 ich hab nicht schon gehabt sicher? oh mein Gott nee 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 äh lasst du mal zu dem goldenen Ding gehen äh dem goldenen Ding ja bro sooo also 500 m mit weg sicher? nee 990 80 70 60 50 ich fight'n irgendwie warte mal jetzt ist es nur 200 m ja ok 300 ja ok 200 na 70 60 40 40 ok es ist episch jetzt nur noch scheiß drauf ich ziehe es durch du nicht? mhm hih einfach ein lacher ok das war zu viel hey was ist ah schade jetzt bekommst du kein hm 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 das heißt es wie heißt es kein blut schade oder voll schade bei mir sind ja bei mir auch so ich mal zeigen was verschaden so geil das mal können eine epische spaß maschinenpistole hier ist auch ein maschinenpistole brauche ich ja nicht kann ja irgendwer anderer sich gönnen immer kommt so erschreckt so erschreckt hast sich bei mir der kann auch nur springen Ich hab ihn, Dad. Hab ihn, Dad. Dad? Kannst du den ganzen Blut haben? Gönn ich dir. Ja, mach halt. Ich hab so Big Bababoo Loot. Warum hast du Rambock, Junge? Hä? Warum hast du Rambock? Äh, Rambock. Hab ich Bock hab's? Ah, du hast einen Rambock, weil du Bock hast. Roll das bitte jetzt mein Kev. Shit. Kommst du? Ne. Wir nehmen da oben schon ein. Wir haben doch keinen. Der ist eh dead. Warum war ich nicht low? Wer snipet da? Ich kann schon hoch, ne? Junge, die Leute oben machen mich dead. Die snipen. Jo. Ich hab drei HP, Junge. Ich hab drei HP. Ich hab drei HP. Heilige. Jetzt hab ich sogar weniger. Schade. Die kommen, ne? Ich würd sagen, renn weg. Junge, ich hab 53 HP. Hi, ich hab weniger. Ich krieg's die aus. Ich geh einfach in Rift rein. Juhu! Der ist solo. Ein Hit, der ist dead. Bro, ein Hit, der ist dead. 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 Ein Hit, der ist dead, der ist dead. Bro, die haben den geklaut. Der war so dead. Nimm mich erst, nimm mich erst, nimm mich erst. Ich bin ein bisschen besser, sorry, aber ist es so. Bau ein, bau ein, bau ein, bau ein, bau ein. Komplett einbauen. Junge. Mega. Du machst mich aggressiv. Dankeschön. Ehrenmann. Zieh durch, zieh durch. Zieh durch. Hier ist jemand, ne? Weißt schon. Du weißt schon, dass hier jemand ist. Ja. Low. Low? Hallo, hallo, hallo? Ja. Low. Das sind low-Personen. Pass auf, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Wo? Genau in deine Richtung. Da? Ja. Ach so. Okay, den mache ich, hoffentlich. Digger, ich muss nachladen. Mein Kiff. Bro, ich kann dich momentan nicht holen, sorry. Du brauchst auch nicht, bin der Digger. Ich gehe langsam vor. Oh, nicht schnell, ich habe vier HP. Okay. Wo sind die? Wo sind die? Ja, und weiß ich doch nicht. Okay, da. Ich sehe genau so viel wie aus seiner Sicht. Deiner, nicht seiner. Ich bin Herr Deutschlehrer. Was sind die? Sind die da? Die Nosekins sind für gut. Sind die da? Weiß ich nicht. Es sind nur noch acht Spieler. Äh, sieben Spieler. Da ist einer. Mach mit Raketenwerfer. Ich weiß. Was kommt? Stopp. Okay, vier Gegner, noch ein Team. Ein Team muss man noch kriegen. Nee, jetzt muss man noch drei Leute kriegen. Ist da jemand? Ich glaube nicht. Wo sind die? Ich glaube auf der Insel. Der Insel? Oder Bannhaus. Ich weiß nicht. Die Camptonsave. Das kann ja nicht sein. Hä, hast du nicht auf Team gestellt? Nee, auf Team habe ich nicht gestellt. Das war ein Minus. Das war ein Minus. Sprüchen. Bro. Nimm ich nicht. Eigentlich voll wichtig, aber... Heil dich. Nee, ja stimmt. Aber das heißt, hielt ich, okay? Okay. Okay, du kriegst zwei Schaden. Die sind... Vielleicht sind die hier. Vielleicht sind die irgendwie hier. Obwohl, nee, ich baue das nicht ab. Ich muss alles nachladen. Ruhig. Alles nachladen. Pass auf, die Zona, die Zona, die Zona, die Zona. Alles gut. Die können auch hier sein. Scheiße. War jemand dead? Ein Hit und ich bin fast dead, Digga. Ich brauche so ein paar Hits. Mit einer guten Pump wäre ich mit einem Hit dead. Pass auf. Okay, das sind die letzten, oder? Pass auf neben dir. Ja, okay, alles gut. Ich muss jetzt gucken, wo die sind. Es sind zwei Gegner noch. Okay, let's go. Okay, let's go. Puh. Pass auf, pass auf. Da. Ja. Nur noch einer, aber das ist der, glaube ich, der Westen. Scheiße. Komm, ich hab's los. Safe. Hoffentlich. Inshallah. Ja, aber... Ja, was? Nichts. Sag euch. Ich hab halt kein Blue Shield. Also nicht wundern, wenn du bei mir geräuschen hast. Ja, das ist okay. Mälchen, die sind hier. Kann ja sein. Nee, die sind nicht hier. Die sind nicht hier irgendwo. Komm mit dem Auto da runter. Nee, Digga. Du bekommst noch keinen Schaden, oder nicht? Okay. Perfekt. Ich bekomm Schaden, irgendwie. Scheiße, wo ist denn der Typ? Entweder er ist ein Camper, oder er läuft rum. Und wir sehen ihn nicht. Die sind einfach zu blind da wieder. Ah, geil, 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 geil. Let's go. Danke, Dschungel. Danke, Dschungel. Ja, lieber aus dem Auto raus, weil wenn das explodiert... Ja, aber das Auto muss ja Schaden bekommen, dass es explodiert. Leute, ich... Ist da jemand da bei diesem Ding? Leute, ich muss übelst auf Toilette. Scheiße. Ich glaub nicht, dass ich das schaffe. Ich muss übelst... Digga, der muss doch campen, oder? Ich... Ich hör den... Ich hör den Typen. Ich hab den gehört. Ich... Der ist irgendwo hier. Der campt. Weil ich hab... Nee, der campt nicht, hä? Ich hab, äh... Ding, äh... Geräusche gehört. Ich hab dieses... Du weißt schon, was ich mein. Wo ist der? Was ist das denn für ne Runde? Wenn der hier ist... Hä? Hä? Wo ist der Typ? Wow, du hast 12 Kids. Wirklich? Stimmt. Ja. Scheiße, wo ist der Typ? Vielleicht hat er sich verwandelt. Geht doch nicht. Äh, doch. Wie? Man läuft einfach so zu nem Typen hin und dann kann man sich verwandeln. Als was hat er sich verwandelt? Ja, weiß ich nicht. Als Schleppfass, als ein Bursch, als... Seit wann geht das? Hä? Das geht seit immer. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch geht. Das geht doch nicht. Hä? Wirklich? Ah, da. Geht. Nein! Ja, schade. Oha, er ist Level 200. Ich hab doch gesagt, der ist gut. Ja, der kann voll... Ja, okay. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war nochmal eine legendäre Runde. Fortnite mit... Ja, und jetzt tschüss. Jake, genau, tschüss. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Sag mir neulich tschüss. Genau. Ciao, Kakao. Tschüss. Tschüss.